Musik Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unseres Magazins SPIRIT. Wo und wie können wir Gott finden? Eine entscheidende Frage für alle Menschen, denen Religion wichtig ist. Große Beterinnen und Beter des Christentums sagen uns, dass wir Gott im Gebet finden. Besonders dann, wenn das Gebet mit nur wenigen Worten auskommt. Sie empfehlen uns das sogenannte innere Gebet, bei dem die Worte immer weniger werden, bis wir im Schweigen auf dem tiefsten Grund unserer Seele Gott finden. Wie diese Art des Betens geht, erläutert uns heute Pater Gregor Lenzen aus der Ordensgemeinschaft der Passionisten. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Pater Gregor. Grüß Gott, Herr Pelster. Sie sind katholischer Priester und leben in dieser Ordensgemeinschaft, in einer kleinen Ordensgemeinschaft der Passionisten in Eichstätt. Sie sind dort zuständig für die Seelsorge, insbesondere bei Gemeindepriestern. Ja, das Beten ist heute unser Thema. Wie ist denn das? Fromme Leute sagen ja, Beten, da fühlt man sich schon fast anfanghaft wie im Himmel. Kritiker dagegen behaupten oft, Beten sei eine Art Weltflucht. Wer hat denn da recht? Tja, so einfach ist es eben nicht. Natürlich gibt es die Gefahr einer Flucht in das eigene Seelengärtchen, wie man so schön sagt, wo man sich der Realität entziehen will. Das ist sicher kein guter Beweggrund für das Gebet. Andererseits braucht es auch immer etwas Weltflucht, im guten Sinne, um sich einen entsprechenden Abstand, eine Freiheit gegenüber der Welt und dem, was in der Welt sich so tut, zu bewahren. Und wenn man wirklich in der Wirklichkeit sein will und die Wirklichkeit wahrhaft wahrnehmen will, dann braucht es das Gebet. Denn nur im Gebet erkenne ich, wer Gott ist, wer ich bin und wie sich alles in Wirklichkeit zueinander verhält. Die wahren, die wirklichen Relationen, die gehen mir erst im Gebet auf. Das Christentum lehrt, dass der Mensch geschaffen wurde als Abbild Gottes. Gibt es von daher eine Art Wesensverwandtschaft zwischen dem Menschen und Gott, die es dann auch sinnvoll erscheinen lässt, die Nähe Gottes zu suchen? Ganz sicher. Gott hat etwas von sich selbst im Menschen abgebildet. Er hat ihn nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen. Das heißt, wir sind gottähnlich, aber diese Ähnlichkeit scheint nicht im Leiblichen, im Materiellen auf, sondern im geistigen Prinzip, in der Seele des Menschen. Dort hat Gott sein Abbild im Menschen hinterlassen. Und dieses Bild gilt es immer klarer zu erkennen und diese Ähnlichkeit auch deutlicher wieder herauszubringen. Und der Weg dahin, um immer mehr Gott in der Seele zu erkennen und damit sich selbst zu erkennen, ist das Gebet. Würden Sie sagen, dass auch diejenigen recht haben, die sagen, der Mensch sei zum Beten, zum Gebet geradezu berufen, es sei seiner Bestimmung? Sicher. Es gibt ja das berühmte Augustinuswort, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Also es gibt im Menschen diese heilsame Unruhe, die erst dann zur Ruhe kommt, wenn man gleichsam seinen Ursprung gefunden hat. Und das ist Gott. Also der Mensch ist gottfähig und in gewisser Weise braucht er auch die Beziehung zu Gott, um sich selbst wirklich zu finden und auch um sich selbst in entsprechender Weise zu entfalten. Für Meditation gibt es in unserer heutigen, oft sehr hektischen Zeit durchaus eine gewisse Offenheit, ein großes Interesse. Die Menschen möchten zur Ruhe kommen, um sich von der Hektik, von dem Stress zu erholen. Oft greift man da auf Meditationstechniken zurück, die eher aus dem fernen Osten kommen. Auf der anderen Seite gibt es auch christliche Meditation. Worin besteht der Unterschied zwischen beiden? Ja, da muss man genau hinschauen. Unsere westlichen Menschen begegnen oft den fernöstlichen Methoden mit einer ganz anderen Haltung, mit einer ganz anderen Erwartungshaltung. In der christlichen Meditation geht es wirklich um Begegnung. Es geht darum, zu diesem Du vorzustoßen, das Gott ist. Und letztlich geht es um Vereinigung und um Verähnlichung auf dem Weg des Gebetes. Also es geht nicht darum, um sich selbst zu kreisen und gleichsam ein höheres Menschsein zu entfalten. Es geht nicht darum, sich selbst besser zu fühlen, um den eigenen Nabel sozusagen zu kreisen, sondern es geht darum, sich aufzumachen, sich zu öffnen und sich eben auf Gott zuzubewegen. Wenn nun jemand sich auf diesen Weg machen möchte, das Beten lernen möchte, was sind da die Grundvoraussetzungen, die vielleicht erfüllt sein müssten? Ja, Gebet führt von seinem Wesen her zur Selbsterkenntnis. Es braucht zunächst einmal eine Haltung der Demut, wobei dieses Wort Demut auch viel missbraucht wird, aber Demut im Sinne von Wahrnehmung der Wirklichkeit eben. Wahrnehmung der eigenen Geschöpflichkeit und damit auch der eigenen Begrenztheit, Wahrnehmung der eigenen Grenzen und damit Erkenntnis auch, worin ich der Hilfe Gottes bedarf. Und auf diese Weise, in dieser Haltung trete ich vor Gott in einer Offenheit, in einer Bereitschaft, mich auch von ihm beschenken zu lassen. Das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, um in das wahrhaftige Gebet einzutreten. Gebet ist nicht meine, unsere Leistung. Gebet ist letzten Endes Gabe und Geschenk von Gott her und gewirkt durch den Heiligen Geist. Nun muss derjenige, der beten will, dem Gebet auch Zeit und Raum einräumen. Wie kann das gehen? Was ist dabei zu beachten, gerade in unserer heutigen, oft hektischen Zeit? Ja, es braucht die Zeit und den Raum. Sie haben es schon gesagt. Da muss ich selber tätig werden. Also da muss ich eine Entscheidung treffen. Ich muss meinen Tag in der Weise entsprechend ordnen, dass es diese Freiräume für Gott gibt. Und seien sie auch nur sehr kurz und begrenzt. Unser Stifter, der heilige Paul vom Kreuz zum Beispiel, spricht von einer Viertelstunde, die man der Betrachtung widmen könnte. Das ist nicht viel, aber wenn man das durchhält, dann trägt es doch das ganze Leben und prägt das ganze Leben. Und dann geht es darum, ruhig zu werden, aus dem Lärm, aus dem Getöse herauszutreten und innerlich zur Ruhe zu kommen. Natürlich geht das nur durch den Heiligen Geist und deswegen ist auch das Gebet um den Heiligen Geist zu Beginn des Gebetes unersetzlich. Unser Thema heute soll speziell das sogenannte Innere Gebet sein. Wodurch unterscheidet sich das Innere Gebet, also das Gebet mit relativ wenig Worten, von anderen Gebetsformen? Gut, es wird in unserer Zeit viel von Meditation gesprochen, aber da gibt es ja die unterschiedlichsten Vorstellungen. Für die meisten Menschen ist Gebet die Gebete, die man kennt, die man schon vielleicht als Kind gelernt hat. Der Rosenkranz, bestimmte Andachtsformen. Aber das allein ist eben noch nicht Gebet. Das mündliche Gebet ist noch nicht allein das Gebet. Das mündliche Gebet muss getragen und gespeist werden von einer Innerlichkeit, von einer inneren Verbindung mit Gott, von einem inneren Dialog mit dem Geliebten, wenn sie so wollen. Und nur wenn diese innere Verbindung da ist, und das wird eben im inneren Gebet genährt, und das soll im inneren Gebet wachsen, wenn diese Verbindung da ist, dann werden auch die Worte, die ich im mündlichen Gebet ausspreche, einen Gehalt bekommen und eine Bedeutung. Sonst bleibt es oft, wie es im Evangelium heißt, nur ein Geplapper. Die Worte sollen also immer weniger werden, bis am Ende das Sprechen, das Betende sprechen ganz verstummt. Wie muss man sich das vorstellen? Man ist dann einfach nur still da, und was passiert da? Das ist eben die Schwierigkeit für uns Menschen, wenn zunächst einmal nichts passiert, scheinbar. Es fällt uns unwahrscheinlich schwer, zunächst einmal nichts zu tun. Auch die guten, die frommen Christen meinen, sie müssen doch irgendwie jetzt etwas tun, also etwas vorweisen. Und gerade darin liegt nun die Askese, die Übung, dass ich einmal mich selbst und meine Worte auch zurückfahre und versuche, durch die äußere Stille, in eine innere Stille hinein zu gelangen, wo das Wort des Lebens, Jesus Christus selbst, zu Wort kommen kann und hörbar wird und in mir Fleisch werden kann. Aber dazu bedarf es eben dieses Weges in die Stille, zunächst in die äußere, aber dann vor allen Dingen in die innere Stille hinein, wo man einen Kontakt bekommt mit seinem inneren Menschen und wo man dann in diesen inneren Dialog mit Gott eintritt und wo er mir etwas zu sagen hat und ich nicht ständig auf Gott einreden muss. Wer erste Erfahrungen mit diesem schweigenden Gebet macht, der vernimmt aber nicht unbedingt schon die Stimme Gottes, er vernimmt vielleicht viele eigene Gedanken, die einem durch den Kopf schwirren, kann man sagen, dass der Mensch in dieser Haltung des inneren Gebetes erstmal nichts tun muss, erstmal ganz zur Ruhe kommen?